VIDEOTEF 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 Ja, geben wir die aufs Sack. Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem neuen Album-Review. Diese Band hier, um die es hier und jetzt heute geht, wurde mir, glaube ich, random auf Facebook angezeigt, weil ich mich jetzt nicht ganz falsch erinnere. Mir gefiel das Cover-Motiv und ich dachte, oh, hör mal rein und war. Boah, und dann habe ich sie mir halt gekauft. Es geht um die Band Re-Enforcer mit Prince of the Tribes. Das ist das gute Stück, da kommen wir dann gleich optisch nochmal zu. Und, ja, Re-Enforcer sind eine, ja, Heavy-Metal-Band. Ich finde, da ist auch ein ganz klarer, großer Einfluss des Power-Metals mit drin. Ja, und die kommen aus Deutschland und zwar aus Paderborn und Nordrhein-Westfalen. So ist es jedenfalls auf Metal Archives angegeben. So, und die Band ist relativ jung und vor allem frisch, denn, ja, sie sind halt formiert seit 2015. Und es gab dann 2018 und 2019 eine EP und eine Single. Und jetzt haben wir das erste Album am Start. EP und Single sind mir nicht bekannt und sind hier auch, Moment, ich gucke mal auf die EP. Nein, es sind auch keine Songs drauf, die jetzt hier verwurstet wurden. Ja, wir haben also hier auf dem Album komplett neues Material. Ja, und die anderen, die älteren Sachen, ja, die kenne ich halt nicht, die habe ich halt nicht. Tut mir leid, kann ich jetzt nichts zu sagen. Im direkten Vergleich jetzt, ja, in dem Fall, ob sich da eine technische Steigerung vollzogen hat oder irgendwas, kann ich jetzt nichts zu sagen. Ja, seht's mir nach. Gut, dann, ich wusste doch gar nicht, wo ich die herkriegen soll. So, dann haben wir es hier, wie gesagt, mit einer recht neuen Band zu tun. Denn, ja, die Musiker, da habe ich jetzt nicht viel gefunden, wo die sonst noch so waren. Ja, abgesehen von einem. Am Mikrofon haben wir Logan Lexi, an der Gitarre haben wir Tobias Schwarzer von der Death Metal Band, glaube ich, ist es. Moment, ich schaue nochmal. Reset Yourself, oder was war das nochmal für eine Stilistik? Ich gucke nochmal. Melodic Death, genau, habe ich das noch richtig in Erinnerung. Am Bass haben wir Marvin Fretter, der ist seit 2015 dabei. An der weiteren Gitarre Niklas Stappert, ebenfalls seit 2015 dabei. Und am Schlagzeug haben wir Lasse Schmiedel mit M. Ich habe das mit M gesagt. Du hattest eine schlimme Schulzeit, oder? Lasse. So, kann ich mir vorstellen. So, ja, und um das zu kompensieren, prügelt man dann in einer Heavy Metal Band auf dem Schlagzeug rum. Kann ich gut nachvollziehen. So, gut. Die Band selbst setzt sich halt aus diesen Membern zusammen. Jetzt kommen wir ein bisschen zur Optik des Ganzen. Das ist das Cover Motiv. Ja, er wird jetzt wieder hier Schärfeprobleme haben. Oh, ist das übel. Wenn ich die Lampe hier ein bisschen mehr hindrehe, hilft das? Er bleibt nicht scharf. Er zieht scharf, zieht dann aber wieder unscharf. Das ist total bescheuert. Gutes Logo, finde ich. Nicht zu übertrieben, nicht zu überkandidelt und eingängig vom Motiv her, wenn es dann scharf zieht. Ja, wir haben hier halt ein, weiß ich nicht, das ist dann ja, wo der Prince of the Tribes oder was auf dem Schlachtfeld, ja, in einem Schlachtengetümmel, ja, im Hintergrund schlagen Blitze vom Himmel. Ja, ich mag solche Cover Artworks einfach. Ja, dann haben wir hinten drauf oben die Titel, einzeln stehen, gut lesbar. Hier haben wir nochmal hier so ein bisschen, was ist das hier, ein Heldengrab oder was soll das sein, auf dem Schlachtfeld dann, ja, mit Helm und allem. Ja, und innen drin haben wir hier das Labelprint. Da haben wir halt diesen, nochmal, diesen Prince da oder was. Da unten ist gar nichts. Brauche ich auch, oh, ich kann es ja vorzuzeigen. Warum nicht? Zeigen wir auch mal ein bisschen nichts, ne? So. Ich habe mir das nichts gezeigt. So, und dann kommen wir jetzt zum, äh, Bucklet selbst. Und da erschließt sich dann uns, dass, hier ist nämlich nochmal dieser, dieser Helm auf dem Grab oder was, und da erschließt sich uns dann halt auch, wenn wir das ganz aufklappen, ist das scheinbar ein Übergangbild, also so ein Übergeh, ne, ist es nicht. Hier ist dann hier die Schlachtengitümmel-Szene, die ist ja hier abgeschnitten dann. Sah so aus, weil hier oben, äh, dieses, 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 äh, was ist das hier, dieses Gebirge oder was hier so ein bisschen übergeht. Deswegen sah das so ein bisschen so aus, aber da habe ich mich wohl getäuscht. So, gut, dann innen drin immer ein, ähm, das ist wieder traditionell, würde ich fast schon sagen, eins der Bandmember und gut lesbar die Lyrics der Songs, auf der nächsten Seite ebenfalls wieder, ein Foto und paar Lyrics, ein Foto und paar Lyrics, in der Mitte nur ein Foto, dann wieder ein Foto und paar Lyrics. Also es gibt, das ist wirklich irgendwie sehr traditionell, ich weiß nicht, gibt es da irgendwie eine Norm oder was, dass irgendwie alle Bands das so machen wollen oder müssen, keine Ahnung. Ja, und hinten dann halt noch so ein bisschen, ja, Produktionsnotizen, wer macht was und wer ist für was verantwortlich, wer hat was gemacht hier an dem ganzen Album. Ja, ganz traditionell gehalten, sag ich jetzt mal. So, dann kommen wir zur Musik und zum Einzelnen der Songs, Stück bei, äh, Track by Track. Bevor ich jetzt loslege, damit ihr gleich wisst, wohin hier der Kahn fährt, ne, also in welche Richtung das musikalisch geht. Da könnt ihr nämlich auch gleich abschalten, wenn das nicht euer Ding ist. Wir haben bei Reinforcer, stilistisch, eine Mischung, würde ich sagen, aus Blind Guardian und Running Wild, Blind Guardian Nightfall-Ära, würde ich jetzt sagen, und abwärts, älteres, ja. Ja, ähm, und, äh, Running Wild, modernere Geschichten, so ein bisschen eher vielleicht vermischt mit einem, mit einem Sänger, dessen Stimme mich am, äh, von der Theatralik her, ja, nicht eins zu eins, aber so von der, von, vom Vortragen der Strophen, dieses etwas Theatralische auch in den Refrains, ein Powerwolf verändert, nicht stilistisch, rein von, von der Klangfarbe der Stimme jetzt her, ja, aber auch stellenweise an den guten Hansi von Blind Guardian, so ein bisschen vermischt, ja, seid ihr noch bei mir, ja, dann ist das hier was für euch. So, also das Ganze beginnt mit dem, äh, Titeltrack des Albums, äh, Prince of the Tribes, wozu ich euch unten einen Link reinhau, zu einem Video, da könnt ihr euch gleich auch einen Eindruck, äh, äh, davon verschaffen, beginnt mit einem kleinen, epischen, orchestral gehaltenen Keyboard-Intro, ja, und ein bisschen Liedgitarre dazu, dann haben wir das hymnische Haupt-Riff im Mid-Tempo umgesetzt, und dann kommt auch schon diese, diese heroische Stimme des Sängers dazu, und der trifft die Töne wirklich gut, ähm, man muss zur Produktion sagen, die ist sehr druckvoll und, und cool, aber es ist nicht wegproduziert, du hast die ganze Zeit immer das Gefühl, du hast es hier mit einer Band zu tun, und hier und da an ganz kleinen Stellen, wenn du genau hinhörst, wirklich, ja, hast du auch ein paar Unperfektheiten, Unsauberheiten, ja, aber so gering, das ist jetzt nicht, das ist jetzt, uh, das war jetzt aber schief, also jedenfalls ging's mir nicht so, ja, ich bin aber auch kein, äh, äh, hier, wie sagt man denn, im Filmbereich würde man jetzt sagen, äh, ich bin kein Filmfan, ich bin ein Cineast, ja, und ich bin im Musikbereich eben kein Musikcineast, ich weiß nicht, ob's ein Wort gibt, keine Ahnung, ich bin halt kein Dream Theater Fan, ja, und schon gar nicht der einen Produzent, so, also, gut, ähm, der Prä- und Hauptrefrain sind ein bisschen schneller als die Strophen umgesetzt und auch mit mehr Text angereichert, sitzt aber gut, später haben wir nochmal eine Passage, hört ihr so Marschgeräusche, ne, die, 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 die Truppen mit den Schwertern marschieren aufs Schlachtfeld oder was, dazu gibt's dann am Ende noch ein Solo, das fand ich auch ungewöhnlich, normalerweise sitzt ein Gitarrensolo ja immer so im Mittelteil, hier kommt es am Ende des Songs, fand ich interessant, und damit endet der Song dann auch wirklich, fand ich ganz cool eigentlich, so, dann haben wir, äh, Stück Nummer zwei, Allegiance and Steel, auch dazu findet ihr unten einen Link zu einem Video, ja, und hier hatten sie mich dann auch, ja, äh, das ist auch, glaub ich, der Song, den ich dann gehört hab vorher, ähm, beginnt mit einem richtig schönen, traditionellen Heavy-Metal-Riff, treibend, rockig, äh, ausgerichtete Strophen, sehr guter, strofenhafter Refrain, also mit mehr Text versehener Refrain, auch nicht einfach dreimal Allegiance of Steel hingebölkt, sondern, ne, mit ein bisschen mehr, und es sitzt auch gut im Ohr, das Ding, finde ich, ähm, sehr schönes, längeres Solo in diesem Fall, und der Song ist dadurch auch ein bisschen hymnischer, finde ich, als der Opener, und auch ein kleines bisschen eingängiger, obwohl auch der Opener eine eingängige Nummer ist, keine Frage, ja, so. Dann kommt, äh, dann steigert sich das Ganze nochmal um eine Nuance mit Black Sails. Erstmal musste ich sehr schmunzeln beim Intro, denn es ist eins, das ist jetzt das dritte Mal in meinem Leben, dass ich ein solches Intro höre, ja. Das erste Mal ist es mir begegnet bei dem Intro zu Port Royal von Running Wild, ja. Hier die, der, der, der Pirat, der in die Horfenschenke kommt, ne, und erst mal was bestellt, ne. Einen schönen Grog oder ein Rum, weiß nicht, so. So, und, äh, dann gibt's der noch von Stormwitch, Tigers of the Sea, ne, Bloody Mary, ja, so, und, ähm, so ein Intro haben wir hier halt auch, so ein bisschen, das fand ich geil, das hat mir sehr gut gefallen, ähm, dann geht's rein in den Song, schnell rockig, die Nummer, geiler Gangshout-Refrain, der richtig mitreißt, ich kann mir gut vorstellen, dass das Ding live gut funktionieren wird, ja, später gibt's noch eine kleine Bridge gesprochen, also, ne, so eine Sprechpassage, sag ich, hab ich früher immer gesagt als Kind, eine Sprechpassage, ja, also ne, 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 Narrated Bridge, ja, und das geht dann über ins Gitarren-Solo, das auch wieder gut gemacht ist. Also auch wieder ein guter Song, jetzt fällt's für mich ein bisschen ab mit Shield Maiden, ihr könnt euch vielleicht denken, was mein Problem ist, aber da kommen wir gleich zu, ähm, Shield Maiden hat ein hymnisches Intro-Riff, die Strophen bewegen sich so, ja, eher mit Tempo, ähm, und wir haben hier halt eben auch einen strophenhaften Refrain mit mehr Text und ohne Titelnennung, ja, das Wort Shield Maiden fällt irgendwo in der Strophe, ich glaub in der ersten, aber im Refrain selbst niemals und da blieb dann auch bei mir nix hängen, das ist einfach leider so, ja. Dafür gibt es ein verspieltes Gitarren-Solo und es ist auch musikalisch ein hymnisches Stück, leider aber, ja, mir fehlt halt die Hook, mir fehlt, oder was den Refrain angeht, mir fehlt einfach der catchy Refrain, die Eingängigkeit, die dich mitreißt wie bei Black Sails, wo du einfach mit, wo du einen Part hast, den du feiern kannst, indem du mitsingst, ja, ich mein, dann klar, kannst du den Refrain, der ist ja da, du kannst den auswendig lernen und dann mitsingen, aber, weiß ich nicht, dadurch, dass das Wort Shield Maiden fehlt, fehlt mir da einfach irgendwas. Ich bin bescheuert, ich weiß, ich bin da total pingelig bei dem Scheiß, ich bin da richtig so ein Waschweib, ja, aber ja, ist halt so. Das hat sich über, über, über die Aeonen bei mir beim Musikhören eingebürgert, ist einfach so. So, dann haben wir Coup de Gras, Grace, ich wusste, ich hab den Song noch gehört, ich hab nicht gemerkt, wie es ausspricht. Coup de Gras, Coup de Gras, richtig? Coup de Gras, würde mein Vater sagen. Nee, mein Vater würde sagen Coup de Gratze. So, und, ja, hat erneut einen hymnischen Einstieg, dann geht's rüber in schnell rockende Strophen. Und hier haben wir auch wirklich einen guten Strophenrefrain, ja, da wird auch dieses Coup de Gras oder wie auch immer man sich das ausspricht, gesungen, dann wisst ihr auch, wie man es ausspricht, ja. So, und, äh, der Song hat auch ein schönes Solo, kann man auch nicht meckern, finde ich. Dann kommen, äh, die beiden Highlights des Albums, für mich persönlich, neben Black Sails, oh, ah, wohl, äh, Allegiance and Steel war auch geil. Also, aber, aber jetzt kommen wirklich zwei Dinger, die haben mich wirklich begeistert jetzt beim Hören, und zwar haben wir da Thou Shell Burn, beginnt erstmal ein bisschen mit so Glockengeläut, dann geht's über mit einem richtigen Power-Metal-Riff, schnell galoppierend das Ganze, ein schöner, äh, äh, textlastiger Refrain, inklusive Gangshouts, der Thou Shall Burn Part ist halt mehrstimmig Gangshout-Style, ne, äh, aber er selbst singt halt eben auch einen Strophenrefrain drauf mit einer geilen Melodie, also das sitzt wirklich gut, passt gut zusammen. Auch das Solo-Sitzen wie der Astral an der Stelle, und der Song hat dann am Ende noch einen ruhigen Ausklang eher, sag ich mal so, ja, jetzt nicht Balladesk, aber ruhiger halt, ne. Also, das war eine, eine, eine ziemlich runde Sache. Ebenfalls, Stück Nummer 7, Hand on Heart, beginnt mit einem geilen hymnischen Riff am Anfang, geht dann über treibend rockig, ja, in den Strophen, ähm, sehr guten Refrain auch hier, der auch gut im Ohr sitzt, und eine melodische Strophenbridge haben wir noch, und dann gibt's noch ein Solo wieder am Ende, nach dem letzten Refrain, so wie ja auch schon beim, was war's, beim Opener oder beim zweiten Titel? Guck nochmal hoch, Moment. Hm, ja, beim Opener, genau. Ja, also auch hier, Hand on Heart, einer der besten Songs des Albums mit, ne. Dann kommt Stück Nummer 8, Another Night, und wir sind wieder beim gleichen Problem, ja, ähm, melodisches Intro-Riff, ja, erneut rockig nach vorn in den Strophen, und wieder ein Refrain ohne Titelnennung, kein Another Night, ja, stattdessen wird immer wieder gesungen, Salute to Brotherhood, ja, jetzt mal ohne Scheiß, der Song heißt Another Night, Another Night, ein Songtitel namens Another Night, klingt für mich wie eine AOR-Nummer, aber nicht wie Power oder Heavy Metal, ja, und der Song hätte heißen können, Salute to Brotherhood, und dann das Cover dazu, ja, dann nennt den Song doch Salute to Brotherhood, Leute. Irgendwann hab ich dieses Salute to Brotherhood im Ohr, und werde den Song von Reinforcer nicht finden, weil er Another Night heißt. Aber ja, ich hör auf damit. So, dann kommen wir zu, äh, ach ja, nee, dann haben wir noch, äh, nach diesem Refrain natürlich noch später eine, ja, kleine Strophenbridge, und die führt dann über zum Gitarren-Solo. Und dann kommen wir zum Rausschmeißer des Albums, dazu findet ihr auch ein Video, das ist ein Lyric-Video in dem Fall, und zwar Z32, 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 ich weiß auch nicht, wird nämlich nicht gesungen, ne? So, äh, es geht, geht wohl textlich um den Zodiac-Killer, und hat dann auch entsprechend ein etwas düsterer gehaltenes Riff. Ähm, in den Strophen ist es auch so ein bisschen leicht akustisch-balladesk, sag ich mal, ein bisschen ruhiger, ja, eben um die düstere Atmosphäre vielleicht noch ein bisschen zu unterstreichen, was auch ganz gut funktioniert. Ähm, es gibt aber auch Mit-Tempo-Riffs, ganz normal, und dann eben ein, ja, ein, ein textlastigen Refrain ohne Titelnennung. Was aber genannt wird, und immer wieder gesungen wird, ist das Wort Acolytes. Und das ist auch eine gute Hook, das sitzt auch gut im Ohr. Dann nennt den Song doch Acolytes. Aber gut, äh, es gibt auch ein gutes Solo, ja, und am Ende, äh, hier haben wir nochmal ein paar melodische Lieds, die auch gut gesessen haben. Also, auf dem instrumentalen Punkt und auch, äh, auch die, die Stimme des Sängers, da passt eigentlich alles. Mir fehlen nur in eins, zwei, mh, drei Songs die eingängigen Refrains. Ja, meine Güte, ne? Hör doch mal auf zu meckern, Tommy. Dafür waren noch sechs absolut geile Nummer dabei. Also, so, und da, also. Ähm, Moment. Bisschen nicht so ganz erhält. Reinforcer mit Prince of the Tribes gefiel mir dann doch sehr gut. Hat sich gelohnt, das Ding zu kaufen. Für eine Band, die hier ihr Debütalbum abliefert. Und nicht in tausend Millionen anderen Bands vorher aktiv war. Ja, offensichtlich. Also, kein All-Star-Projekt oder irgendwie sowas, ja. Äh, ja. Solides, solides Ding. Da kann man mal drauf warten, was da wohl noch draus wird in Zukunft, ne? Und mit so Sachen wie Black Sails und, ähm, Hand on Heart und auch Thou Shall Burn hat man auch ein paar potenziell zukünftige Klassiker im Gepäck. Sag ich jetzt mal einfach so spontan. Ja, äh, 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 Slane, Slane, äh, Slane Adamus hat gesprochen. Oh Gott, ich rede schon wieder den letzten Scheiß. Ich höre jetzt auf, heute. In einer halben Stunde gibt es auch Abendbrot. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr, ja, was ihr von meiner Meinung zu dem Ganzen hier haltet. Vielleicht ist ja für den einen oder anderen Reinforcer ein kleiner Tipp, kleiner Geheimtipp. Äh, dann unterstützt die Band. Ist das ja nicht irgendwie ein großes Label, oder? Oh Gott, wo kann man ja gar nicht lesen? Moment. Was ist das? Ist das Rock of, äh, Scarlet Records. Ja. Naja, äh, könnt ihr ja mal gucken. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo die gekauft haben. Weiß ich wirklich nicht mehr. Aber gut, egal. Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei, was auch immer ihr als Nächste schaut. Und bis zum nächsten Mal sage ich wie immer, Farewell.